Musik Jo Leute, Sie sind hier am Start und willkommen zu einem neuen Nanatsuno Taizai Video und heute sprechen wir nochmal über Meliodas Formen. Heute schauen wir uns nochmal die zwei stärksten Formen von Meliodas an, denn wir haben zum einen natürlich eine Form von Meliodas, die er sehr aktiv nutzt und zwar den Assault Mode. Das ist so ziemlich die beliebteste Form von Meliodas, ist auch meine Favorite Form und wir haben die stärkste Form generell von ihm, die er jetzt im letzten Kapitel verloren hat anscheinend und zwar die Dämonenkönigsform. Diese beiden Formen stellen wir so ein bisschen nebeneinander, schauen uns das nochmal so ein bisschen an. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lassen würdet. Natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu einer Nanatsuno Taizai verpassen wollt. An dieser Stelle könnt ihr gerne auch mal bei Twitter oder Twitch vorbeischauen, da bin ich sehr aktiv in letzter Zeit, vor allem bei Twitch und an dieser Stelle können wir loslegen mit diesem sehr, sehr nicen Video von meiner Seite aus. Gestern war das neue Kapitel am Start, wer das noch nicht gesehen haben sollte, kann gerne reingucken. Das neueste Kapitel hat uns gezeigt, dass Meliodas alle 10 Gebote vernichtet hat. Meliodas hat die beseitigt und jetzt stellt sich halt natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Denn Meliodas hat so ziemlich diesen Teil der Dunkelheit ausgelöscht, der für die Balance sehr wichtig ist. Das heißt, der Dämonenkönig ist halt das Gegenstück zur Supreme Deity. Dunkelheit und Licht muss halt immer gleichwertig sein, das muss halt im Gleichgewicht stehen. Und jetzt, da Meliodas die Dunkelheit quasi rausgenommen hat, fehlt quasi eine Säule davon. Und deswegen wird man sich jetzt die Frage stellen, was kommt als nächstes auf die Gruppe zu? Als nächstes für eine Gefahr? Es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann die Supreme Deity jetzt noch reinkommen und die muss noch vernichtet werden, damit generell eine neue Balance für die Welt geschaffen wird. Also, dass, wenn man die Dunkelheit schon wegnimmt, dann auch quasi das Licht wegnimmt. Oder man stellt einen neuen Dämonenkönig ein, gefühlt, also entweder durch Meliodas oder durch Zeldris, der das Gleichgewicht von diesen beiden Säulen dann wieder herstellen kann. Meliodas fällt aber durch das aktuelle Kapitel so ziemlich raus, weil er halt die Dämonenkönigspower nicht mehr haben sollte, da er die ja genutzt hatte, um die Zehn Gebote zu vernichten. Was eigentlich nicht möglich ist, aber da er diese Kraft hat, kann er es doch in Anspruch nehmen. Er kann die Zehn Gebote vernichten in dieser Form und die ist jetzt für ihn auch weg. Zeldris hat theoretisch die Möglichkeit, diese Form auch erreichen zu können. Er hat ja das gleiche Spielchen mitgespielt wie Meliodas durch ihren Vater halt dementsprechend. Er wurde ja auch übernommen, er wurde auch kontrolliert vom Dämonenkönig. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Zeldris auch diesen Teil der Kraft erlangen könnte, absorbieren könnte. Er das jetzt nur nicht weiß oder man daraus ein Geheimnis macht und er schlussendlich derjenige ist, der in den Demon Realm wieder übergeht, zusammen mit seiner Freundin Gaida. Die ist natürlich auch vom Vampir-Clan, was passender ist, als jetzt zum Beispiel Elisabeth, die zusammen mit Meliodas dahin gehen würde, die halt als Göttin sehr wahrscheinlich ihre Probleme in dieser dämonischen Welt hätte. Und ein Vampir wie Gaida ist halt quasi eine Untergruppierung vom Dämonen-Clan, ist quasi so eine Art Dämon und die hätte da wahrscheinlich keine Probleme. Deswegen ist das definitiv passender, wenn die beiden halt dorthin gehen würden und Zeldris der neue Dämonenkönig wäre. Muss man aber schauen, ob Zeldris wirklich diese Form auch kriegen würde, diese komische Dämonenkönig-Elfen-Form, die Meliodas auch bekommen hat oder ob man das komplett weglässt. Einige hatten mir das gestern schon in die Kommentare zu meiner Review reingeschrieben, dass es ja natürlich ziemlich blöd ist oder was das überhaupt sollte, dass man eine Form für Meliodas reinbringt. Die aber gefühlt nie großartig zum Einsatz kommt und generell natürlich auch die Frage, die ich mir selber immer seit Wochen gestellt habe, wenn Meliodas von Anfang an schon die 10 Gebote vernichten konnte mit dieser Kraft, warum hat er das nicht im Vorhinein schon direkt getan? Das ist so eine kleine Logiklücke, definitiv, also er hätte ja schon am Anfang die 10 Gebote einfach suchen können nach dem Kampf gegen seinen Vater, also nach dem ersten Kampf, wo der Dämonenkönig in Meliodas Körper reingegangen ist, hätte er ja schon die Kräfte nutzen können und nicht nur den Fluch zu vernichten. Sondern auch die herumliegenden Commandments, dass sie nicht einfach eine Party feiern und weggehen, sondern dass er sich darum kümmert, die Gebote, die da rumliegen. Wir haben ja dann später erfahren, dass Qsack die mitgenommen hat und in Zeldris reingepackt hat und er dann gestorben ist und dann der Dämonenkönig in Zeldris Körper war, dass Meliodas nicht einfach direkt schon diese Möglichkeit in Betracht gezogen hätte und das da schon gemacht hätte. Er hatte die Form ja die ganze Zeit, von daher sehr, sehr fraglich, warum man das so ein bisschen zwanghaft auf Krampf in die Länge ziehen muss, wenn er diese Lösung theoretisch schon früher parat gehabt hätte. Also das war wirklich sehr, sehr seltsam an dieser Stelle. Generell stelle ich mir auch die Frage, warum kann die Form von Meliodas, die Dämonenkönigsform, nicht auch gleichzeitig die Gebote in Zeldris Körper vernichten, sodass Zeldris wieder normal ist. Also warum muss Zeldris denn mental seinen Vater aus dem Körper rauskicken, wenn Meliodas die Fähigkeit hat, die Gebote so oder so zu zerstören? Also wo macht man da die Grenze, wo zieht man da die Grenze und sagt, oh nein, das geht jetzt aber nicht, dass Meliodas das mit dieser Form kann. Man hat es ja nicht mal versucht, ja. Aber generell würde ich mich nicht wundern, wenn Meliodas halt einfach diese Form von Anfang an in einem zweiten Kampf gegen König Zeldris eingesetzt hätte und gesagt hätte, ja, mit dieser Form kann ich Zeldris und den Dämonenkönig von dem Körper voneinander trennen. Ja, mit dieser Form geht das theoretisch. Wieso hat man das nicht mit reingebracht? Theoretisch könnte man das reinbringen. Keiner würde sich darüber wundern, jetzt wo man einen Plot hat, wo Meliodas mit dieser Form eh die Ten Commandments vernichtet. Also, das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr seltsam ist. Ich finde, die Idee an sich, dass Meliodas mit einer Form die Zehn Gebote vernichtet und so ein bisschen eine Stellung aus der Serie rausnimmt, die immer die ganze Zeit da war, das finde ich krass. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr originell auch irgendwie. Aber trotzdem, eine gewisse Logiklücke ist definitiv da, dass man einfach gewisse Dinge schon vorher hätte machen können, ja. Den Dämonenkönig besiegen können, die Ten Commandments vorher vernichten können. Damit die Flüche dann halt schlussendlich auch gebrochen werden können und so weiter und so fort. Die Form schlussendlich, die Meliodas jetzt aufgegeben hat, war meines Erachtens nach und nach den Meinungen von vielen von euch sehr, sehr unsinnig, unlogisch und einfach nur, einfach nur unnötig. Also, wirklich, wirklich sehr, sehr mies. Ich weiß nicht großartig, was ich dazu noch sagen soll. Die Form, ich bin froh, dass man davon abgelassen hat. Auch designtechnisch war das Ganze gewöhnungsbedürftig. Meliodas sah irgendwie mehr aus wie eine Elfe als wirklich wie ein Dämonenkönig. Ich hätte mir da definitiv eine andere Form mehr gewünscht. Den Assault-Node beispielsweise als Gegenstück finde ich vom Design her, von der Aura her und so weiter viel, viel cooler, viel, viel krasser. Auch einfach hat viel, viel mehr Impact als jetzt so eine Elfen- oder Feenform von Meliodas. Das sieht halt schon ein bisschen komisch aus, wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen. Und an dieser Stelle bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass Meliodas diese Form anscheinend. Wir wissen es nicht, ist nicht bestätigt, aber da gehen wir mal nach der Interpretation nach, wird er diese Form nicht mehr besitzen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf den Assault-Mode rüber. Assault-Mode Meliodas ist so die aktivste Form von Meliodas und war immer die stärkste Form von Meliodas, bis er halt diese Dämonenkönigsform bekommen hat, nachdem sein Vater in seinem Körper war. Das war seine stärkste Form an Sicherheit, jetzt nicht Attacke oder irgendwie sowas, er hat ja mehrere magische Angriffe, sondern von der Formation, von der Transformation ist das seine stärkste Form immer gewesen, bis zu dem Punkt, wo er die Dämonenkönigsform hatte. Das war dann dementsprechend Platz 1, aber jetzt ist Assault-Mode wieder seine stärkste Form. Und diese Form finde ich auch bei weitem besser, weil sie einfach aktiver eingesetzt wird. Meliodas kämpft damit aktiv in der Vergangenheit, im Heiligen Krieg. Immer wenn man Meliodas irgendwie mit Impact zeigt, dann zeigt man einen Demon Mark auf seiner Stirn, dann zeigt man, wie krass Meliodas Ausdruck einfach ist, wie heftig er gewesen ist damals in der Vergangenheit, beziehungsweise jetzt auch ganz aktuell wieder oder halt auch, wo er noch ein bisschen böse war, seine Emotionen nicht bei ihm waren, wo ihm eigentlich alles scheißegal war. Das waren so Momente, wo ich Meliodas wirklich richtig gefeiert habe, wo er als Charakter richtig gut aufgebaut wurde, wo er den Assault-Mode auch wieder so ein bisschen regenerieren musste und sich wieder so ein bisschen daran gewöhnen musste, diesen zu bekommen. Ist natürlich ein anderer Assault-Mode, den er da zum Beispiel im Kampf gegen Escanor hatte, als damals im ersten Kampf gegen Escanor oder in der Primetime, wo er im Heiligen Krieg aktiv war. Der Typ ist definitiv in dieser Form ziemlich heftig. Ich finde es gegen Ende hin ein bisschen unlogisch und auch vom Powerscaling her ein bisschen broken einfach, dass man sagt, dass der Assault-Mode ja dann doch irgendwo auf derselben Stufe ist wie der Dämonenkönig. Im gleichen Moment sagt man aber dann halt auch genau dieser Meliodas in der Primetime wurde vom Dämonenkönig und von der Höchsten Gottheit verflucht und hat vollständig gegen die beiden verschissen und jetzt in der gleichen Form gefühlt kann er ihn halt besiegen. Mit der Hilfe von den Seven Deadly Sins, mit der Hilfe von Zeldris und so weiter, aber schlussendlich, wir wissen alle Meliodas hat ihn auch easy alleine weggeklatscht. Von daher definitiv fraglich, definitiv fragwürdig. Wir haben uns diese andere Form, die Dämonenkönigsform eigentlich als Kampfform großartig vorgestellt. Aber sie wurde nicht wirklich genutzt. Und jetzt, da Meliodas diese Form nicht mehr besitzt, stellt man sich die Frage, reicht Assault-Mode theoretisch für die nächste Bedrohung, die reinkommen könnte? Also selbst wenn die Supreme Deity jetzt reinkommen würde, würde Assault-Mode dafür ausreichen? Ist das vielleicht ein Fehler gewesen, dass Meliodas seine Form jetzt quasi weggegeben hat, dass er die theoretisch noch gebraucht hätte, um gegen die Höchste Gottheit bestehen zu können, je nachdem, was die macht. Wir haben noch Arthur theoretisch. Viele sagen auch, Arthur könnte böse werden, dass er von der Supreme Deity vielleicht benutzt wird. Ich habe in den Kommentaren ein bisschen gelesen, dass Escanor vielleicht als Marionette eingesetzt werden könnte von der Höchsten Gottheit. Das könnte auch sein. Ja, man hat auf jeden Fall Spielraum. Man könnte definitiv einiges noch so in Betracht ziehen, um die Story mit der Höchsten Gottheit weiter voranzutreiben. Da gibt es definitiv Möglichkeiten, aber reicht der Assault-Mode an dieser Stelle von Meliodas? Oder kriegen wir vielleicht sogar noch eine neue Form von Meliodas in späteren Kapiteln, je nachdem, wie lange der Manga noch gehen wird? Kriegen wir vielleicht noch eine neue Form von Meliodas? Das finde ich sehr interessant. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was man dazu noch machen kann. Aber ich denke, der Assault-Mode ist für die meisten definitiv die beliebtere Form, die halt auch einfach aktiver eingesetzt wird. Und die Dämonenkönigsform von Meliodas ist ziemlich langweilig, ist eigentlich nur dazu da, um die Flüche zu brechen, um irgendwelche Dinge zu zerstören. Aber ist jetzt nicht großartig im Kampfgeschehen mit dabei. Meliodas kämpft nicht mit dieser Form. Hätte er das in Anspruch genommen, dann wäre der Kampf viel, viel schneller vorbei gewesen, sage ich ganz ehrlich. Es gibt ein paar Logiklücken, definitiv. Wenn man die beiden Formen mal nebeneinander stellt und wirklich miteinander vergleicht, Ich denke, da sind sich die meisten einig, dass die Dämonenkönigsform eher die irrelevante Form ist an sich. Jetzt nicht storytechnisch, dafür ist sie ja schon wichtig, dass die Flüche gebrochen werden, die Gebote zerstört werden und so weiter. Aber dass sie für die Kämpfe die irrelevante Form ist, als jetzt zum Beispiel der Assault-Mode, den Meliodas, einfach viel mehr einsetzt. Für diesen Modus kennen wir Meliodas ja. Also wir kennen Meliodas ja mit dem Demon Mark. Wir kennen ihn mit diesem Ausdruck in dem Gesicht. Gerade wo es in die Zeit ging, wo er böse war, wo er die Emotionen nicht hatte. Da kennen wir genau diesen Meliodas. Viele haben sich gefragt, viele Anime-Onlys, warum ist Meliodas böse geworden? Und dann hat man immer diesen Ausdruck von Meliodas gesehen. Wow, so wird Meliodas mal werden oder das war mal der ursprüngliche Meliodas. Richtig krass. Anstatt einen fehlenden Meliodas oder einen etwas heiligeren Meliodas, der da nicht großartig seine Form richtig einsetzt. Wo er jetzt natürlich die Form sowieso verlieren wird. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Form ihr besser findet. Design-Technisch oder auch generell. Aber ich denke, die meisten werden beim Assault-Mode bleiben. Ist meiner Ansicht nach definitiv in allen Belangen die bessere Form. Story-Technisch, wie man die Form geschrieben hat, wie man die Form eingesetzt hat. Aber auch Design-Technisch. Definitiv passt das dunklere Design besser zu Meliodas. Aber wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal unten reinschreiben, welche Form ihr besser findet. Das wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Das ist von meiner Seite aus gewesen. Diese beiden Formen haben in den letzten Wochen Meliodas sehr stark geprägt und ausgemacht. Beziehungsweise der Assault-Mode eigentlich mehr als die Dämonen-Königsform. Die hat er jetzt nicht mehr. An dieser Stelle bin ich sehr gespannt, was die nächsten Wochen noch so in 7th Eats Sins passieren wird. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut bei Twitter und bei Twitch vorbei, damit ihr da auch nichts mehr verpasst. Und an dieser Stelle wäre es das gewesen. Haut rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.